Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und ich hoffe ihr habt euch erschrocken. Heute reagiert mir von Noah YouTube Kacke, Opa Wutz will Stress. Machen wir mal. Will Beef. Alter, was für ein geiles Intro, ne? Auf so ein Intro, weil ich gar kein Bock weiß, wie ich so faul wäre. Wer das liest, muss abonnieren. Abonniert! Alter! Übelst gut gemacht, ey. What the fuck? Briefe für sie dabei. Sind das auch Briefe für mich und... Nein. Nein. Keiner mag euch. Guck mal, die vielen Briefmarken. Die sind da drauf, weil die da drauf sind. Und tschüss. Gut erklärt. Ich würde es genauso erklären. Dinosaurisch ist für das Paket... Riesenwitz zu Weihnachten. Riesenprank. Machen sie auf und... Da ist ja nichts drin. Ja, ich habe auch gesagt, das ist ein Paket für euch. So, Merni. Ah, schön. Dinosaurier sind echte Dinosaurier. Edmund Elefant kennt sich mit Dinosauriern aus. Wir haben etwas besseres als echte Dinosaurier. Wir haben echte Dinosaurier. Wir sind Dinosaurier, Dinosaurier. Ach du Scheiße. Dinosaurier. Eigentlich sind Dinosaurier doch Dinosaurier-Soos. Ja. Oh, das ist genau der richtige Tag zum Faulenzen. Denkt ich mir jeden Tag. Jeden Tag. 24. Hallo, George. Heute lege ich mich mit euch an. Oh, George. Der große Beef. Jetzt brauchen wir einen Platz, um eure... ...einzusehen. Wunderbar. Boah, kann man das nicht irgendwo in der Nähe von Komposthaufen draufpacken? Oder einsehen? Wenn sich der Ball bewegt, bewegt sich auch sein Schatten. Du hast auch einen Schatten. Guck, George. Ich habe auch einen Schatten. Seit Geburt. Der wilde Westen ist der wilde Westen. Was machen Cowboys so? Sie erzählen sich Lieder, essen Geschichten und singen Bohnen. Toast für alle Cowboys. Hurra! Cowboys lieben Toast. Alle lieben Toast. Fällen Sie einfach den Baum. Aber eigentlich ist ja nur der Eni hier, ne? Ein Cowboy. Die anderen, ähm... Ja, die haben sich nicht verkleidet, also sind die nichts. Die kriegen keinen Toast. Das ist mein Toast. Fällen Sie einfach den Baum. Würde ich auch so machen. Wir fällen einfach den Baum. Nein. Doch. Wir fällen einfach den Baum. Wer kennt das nie? Man läuft an der Straße lang, guckt nach oben. Ach, wieder. Was ist denn das? Ach, wieder ein Elefant oben auf dem Baum. Das habe ich so oft schon gesehen. Und eine Kuh vor allen Dingen auch. Das ist alltäglich, ne? Das sehe ich wirklich fast jeden Tag. Auch hier in Deutschland. Nein. Wir fällen einfach den Baum. Können wir jetzt endlich den Baum fällen? Ja. Doch. Mit einem Autopilot fängt der Hubschrauber von alleine. Hab ich nicht. Und jetzt bist du dran, Katinka. Ja gut. Kängurus kann ich wirklich sehr hoch spielen. Ich denke, ich bin bescheuert. Squirt my wings and fly away. Ah, geil, ey. Ja, ähm. Ja, ist ein alltägliches Bild, ne? Gerade auch in Deutschland. Sehe ich jeden Tag, ne? Ich würde einfach immer die Bäume fällen. Und da lieber Kraftwerk hinbauen, ne? Ist besser, ne? Für die Umwelt. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Guckt unbedingt von Noah, YouTube-Karke, die anderen YouTube-Karke an. Sehr, sehr geile Videos macht er. Wie immer, ganz oben in der Beschreibung verlinkt. Und ja, bis zum nächsten Video. Haut rein und tschüss.